Ja hallo und herzlich willkommen zum heutigen Online-Workshop. Mein Name ist Marc und in diesem Video will ich euch zeigen, wie man mit unserer KWCNC-Fräse ein einsteigerfreundliches Projekt umsetzen kann. Wir wollen jetzt hier mal einen solchen Teelichthalter aus Holz fertigen und dass das nicht nur kinderleicht ist, sondern auch schnell gemacht ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja zunächst einmal benötigen wir dafür natürlich unser Ausgangsmaterial. Die KWC bietet einen Bauraum von 30 cm Breite und 20 cm Tiefe und deswegen habe ich mir jetzt hier von einer solchen Latte einfach ein 30 cm langes Stück abgemessen und anschließend abgesägt. Anschließend spannen wir unser Werkstück dann in der KWCNC fest ein und wechseln bei Bedarf auf ein für unser Material passendes Werkzeug. Wie der Werkzeugwechsel und das Einspannen genau funktioniert, erfahrt ihr in einem unserer ersten beiden Teile zur KWCNC. Die werde ich euch aber auch nochmal hier oben verlinken. Ja damit wären wir mit den Vorarbeiten soweit erstmal durch. Jetzt können wir direkt unseren Teelichthalter erstellen. Ich habe jetzt dafür hier einmal Adobe Illustrator geöffnet und mir eine neue Zeichenfläche erstellt und was wir jetzt quasi machen müssen ist nur die Konturen angeben, die dann später unser Fräser verfahren soll. Also einmal die Außenkontur für den Teelichthalter selbst und einmal die Innenkontur, wo wir dann später unser Teelicht einsetzen. Ich habe mich jetzt hier für eine Polygonform entschieden und um die zu erstellen gehe ich hier einmal auf das Formwerkzeug und wähle hier das Polygonwerkzeug aus. Mit einem einfachen Klick auf die Zeichenfläche komme ich in dieses Menü. Da ich mich entschieden habe, dass das Polygon über die Kanten 10 cm groß sein soll, gebe ich hier beim Radius 5 cm ein und mit Enter erzeuge ich mir die Form. Ich wähle nun erneut das Formwerkzeug aus und wähle hier das Ellipsenwerkzeug. Durch einen erneuten Klick komme ich wieder in dieses Menü und da ein normales Teelicht in etwa 4 cm Durchmesser hat, geben wir hier jetzt mal 4,5 cm an. Einfach damit wir genug Platz haben, um das dann auch noch rein und raus zu kriegen. Alles was wir dann noch machen müssen ist, diesen Kreis quasi in die Mitte des Polygons zu verschieben und dann sind wir soweit auch schon fertig. Jetzt gehen wir hier auf Datei und exportieren und exportieren das Ganze als SVG, also als Vektorgrafik. Anschließend wechseln wir dann zu Ease. Das ist quasi das zugehörige Web-Tool zur KW. Damit können wir die Fräse ansteuern und hier auch Projekte erstellen. Zu mehr Informationen dazu würde ich euch aber nochmal auf die anderen beiden Workshops verweisen. Hier sollt ihr jetzt erstmal in unser konkretes Projekt gehen. Als allererstes achten wir darauf, dass das hier auf Millimeter gestellt ist, einfach weil wir alles schon in Millimetern bemessen haben und es das dann alles wesentlich einfacher macht. Anschließend wählen wir hier die Dimension unseres Materials aus. Da habe ich bei mir jetzt 300 mm in der Breite, 200 mm in der Tiefe und das bei einer Materialstärke von 18 mm. Da ich jetzt hier Nadelholz genommen habe, stelle ich beim Material bei mir Pine ein und dann sind wir damit auch schon fertig. Anschließend können wir hier noch unser Werkzeug auswählen. Ich habe jetzt hier einen Seuchenfräser verwendet und dann sind wir hier soweit auch schon mal fertig. Anschließend gehen wir dann hier auf Importieren, wählen SVG aus und wählen dann einfach unsere Datei aus, die wir gerade erstellt haben. Diese wird jetzt hier in diese Arbeitsoberfläche geladen und wir haben jetzt hier quasi eine Vorschau von unserem Werkstück später und wir sehen, da ist jetzt noch nichts gemacht worden. Dafür wählen wir uns einfach eine unserer Flächen bzw. unserer Pfade aus, gehen dann hier auf Cut und jetzt wählen wir hier zunächst aus, was er an dieser Stelle machen soll. Wir möchten quasi, dass er diese Fläche hier innen drin räumt, das wäre also in dem Fall Clear Out Pocket. Und wir sagen mal, wir möchten, dass das ungefähr so 8 mm tief wird. Jetzt sehen wir schon hier, würde er jetzt diese Fläche räumen. Das Ganze machen wir jetzt noch für die Außenkontur. Wir möchten ja, dass das Ganze hier über die Ecken 10 cm breit ist und so haben wir auch die Datei eingelegt. Also wollen wir, dass der Fräser quasi außen um diese Kontur herumfährt. Deswegen stellen wir jetzt hier Cut Outside Shape Path ein. Und da wir das einmal komplett durchfräsen wollen, stellen wir das hier auf die Materialstärke ein. Und jetzt sehen wir schon, würde er quasi das hier außenrum ausfräsen und hier innen drin den Bereich räumen, wo wir dann später das Teelicht einsetzen. Jetzt sind wir auch hier schon eigentlich fast fertig. Ich würde euch noch bitten, da wir hier außen rum das Material eingespannt haben, kann es sein, dass ihr hier Klemmen habt im Normalfall. Dass ihr bitte darauf achtet, wenn ihr dieses Teil hier positioniert, dass das nicht zu weit am Rand ist, dass ihr vielleicht mit dem Fräser gegen die Einspannung kommt. Ja, wie gesagt, sind wir jetzt hier auch schon fast fertig. Wir können jetzt hier einfach nochmal auf Simulate drücken. Dann zeigt er uns nochmal die Pfade an, wie er verfahren würde. Und wir können uns ungefähr die Zeit anzeigen lassen, die das da haben würde. Wenn wir dann soweit sind, an der Fräse alles eingestellt ist, dann drücken wir einfach auf Carve und dann kann es schon losgehen. Die Aufnahmen hier sind natürlich deutlich beschleunigt. In der Realität geht das dann etwas langsamer. Nachdem der Fräsvorgang dann beendet ist, saugen wir die Späne einfach mit einem Staubsauger ab und entfernen unser Werkstück aus der Fräse. Beim Raustrennen unseres Teils aus dem Werkstück kann es natürlich so sein, dass die Ränder etwas ausfransen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Was da am Ende übersteht, können wir mit einem Cuttermesser abschneiden. Und beim Rest, da gehen wir einfach nochmal mit etwas Steifpapier drüber und dann haben wir an allen Seiten schöne glatte Oberflächen. Jetzt brauchen wir nur noch eine passende Kerze und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Projekts. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und ich konnte euch zeigen, dass man auch ohne jegliche Vorerfahrung ziemlich leicht ein Projekt mit unserer CNC-Fräse umsetzen kann. Abonniert gerne unseren Kanal und drückt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns demnächst beim OpenNaptive, jeden Mittwoch von 9 bis 19 Uhr. Bis dahin, tschüss!